Hey Vicky, hast du mal ne Minute? Ne Minute? Das klingt ja schon mal sehr anspruchsvoll. Ich brauch nur ne schnelle Info von dir. Schnelle Infos kriegst du auch im Internet. Da kannst du dir ganze Storys von einer Minute reinziehen. Mein Gott, da kannst du dir ganze Storys entwickeln in der Zeit. Und was sind denn das für Storys? Ganz einfache Sachen. Primitive Rahmenhandlungen. Ein paar oberflächliche Charaktere mit belanglosen Dialogen. Und am Ende noch ein stupider Wortwitz. Und das ist unterhaltsam? Ja klar. Und wenn du das Ganze noch verbildlichen willst und...